The time is right now So we say Some people like me And some don't But it's alright That's just like hey ghosts Keep your enemies close When you're young Yo, recht herzlich willkommen zu Battlefield Hardline Meinerseits AOG First Blood First Blood reicht auch Oder auch Florian, scheißegal Yo, wir spielen immer noch Battlefield Hardline Ich hab mich jetzt eigentlich So, mehr so Im Modus Eroberung wohl gefühlt Ich mein, das ist einfach Battlefield für mich Yo, anfangs lacken die Levels immer noch ein bisschen Bis sich die ganze Grafik aufgebaut hat Bei Battlefield 4 war es immer so Die Grafik sah etwas länger scheiße aus Hat sich aufgebaut, hier sieht die Grafik schon anfangs gut aus Aber es lack zwischendurch eben noch Yo, eigentlich will ich ja Jetzt glaub ich ja Voll durch die Gegend, hab kein Auto bekommen Ähm, yo Ja, egal In der Zeit kann ich ein bisschen labern Ja, eigentlich wollte ich ja auch schon längst Äh, die Kampagne spielen Aber ich hab keine Ahnung, warum die nicht funktioniert Ich bin jedes Mal In dieser Endlos Schleife Ist Wäre das echt mal Cool, wenn ihr mir da mal helfen könntet Weil ich find's total ätzend Zumal ja auch, ich glaub in der Kampagne Wenn es wie bei Battlefield 4 ist Schaltet Schaltet man ja auch noch äh Andere Waffen frei für den Multiplayer Und da hab ich ja schon einige gesehen Schon einige gesehen Aber guck mal, jetzt lackt das Das ist immer ärgerlich Wenn das dann gerade lag und da kommt einer Boah, irgendwie Bekomme ich hier voll die Scheiße ab War eine Flash Gott sei Dank So Ja, auf jeden Fall ätzend Hey, Kondition Officer, Achtung Wir haben ein Gebiet verloren Ja, komm 1026 Officer hat das Einsatzgebiet gesichert Ein Pousertruck So Boah, niemals in der Sonne, Alter Ich finde auf jeden Fall der Modus der Oberung Ist richtig gut Ist richtig gut Wow, hab ich keinen getroffen, darf also keinen mitgenommen Verdammt Auch geile Maps finde ich hier Hier diese Map erinnert mich auch so ein bisschen wieder an Bad Company 2 Meiner Ansicht noch immer noch der beste Battlefield Teil Also Battle Beste Serie von Battlefield Die Bad Company Serie Einfach der Hammer gewesen Hallo, ich will hier irgendwie auch mit einem Dann gehen wir eben hier rein Scheißegal Ja, ich hab mir jetzt echt hier eine coole Waffe gekauft Nur was mich hier stört ist das Visier Ist nicht meins Das wackelt mir zu sehr Hat auch super funktioniert mit der Granate Geil Oh, 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 oh Alter Was geht denn hier ab, Leute Ich muss hier mal ein bisschen Ich schaff' pissen Ey, helft dir da gerne Boah, der ist weggesnipert Ist eigentlich einer hochgelaufen, oder? Ja 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 Wow, wow, wow Also der hat mich aber richtig krass getroffen, wa? Okay Also wie gesagt Battlefield Hardline ist auf jeden Fall Das Battlefield Addon Finde ich Kampagnen der Bescheidung spielen können Wie gesagt Funktioniert einfach nicht So spiele ich hier im Battlefield Tatian auch Einfach nur Eroberung Das ist für mich einfach Battlefield Und da ist einfach immer Hier ein paar neue Karten Die ich auch geil spielen lassen Hammerhart Es ist auf jeden Fall ein bisschen schneller Ich weiß nicht, ob auch hier die Hitpoints Ob man da weniger braucht Also du konntest auf jeden Fall im Battlefield Also du kannst im Battlefield Also du kannst im Battlefield noch um dein Leben rennen Hier ist es dann wiederum Schwierig Okay, wir müssen auf jeden Fall da lang Mal hier B einnehmen Wir müssen dieses Gebiet halten Boah, wie ihr seht Mit dieser Waffe ist das richtig schwierig Ich hab mir am besten mal die Scar gekauft Haha Sooo Das ist auch nicht ne Wo der jetzt irgendwie Kein Problem Yes Getroffen Sehr gut Oh Verdammter Helikopter Ja Also Helikopter fliegen ne Beneide ich wirklich die Leute die das voll drauf haben Ich hab mich irgendwie nie damit befasst Ist schon eine geile Sache Wenn man damit richtig Hammer fliegen kann Ja Ich bin mal bei dir Scheiß Helikopter da Oh Sieht ihr? Direkt da unten Okay, es ist ein Helikopter aber trotzdem Ich hab grad mal einen Schuss geschwürt Bam 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 Schade, hab ich die Punkte nicht bekommen Was das denn finde ich? Soll ich mich mal hier spawnen? Liegt der da auf dem Boden oder was ist das? Also ich glaube die Leute die kommen von da Jo 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 Okay Leute Wir müssen hier mal dieses Scheiß Teil einnehmen Langsam reicht's mir aber Oh Wow Mal hier ein bisschen Monitoren hinschmeißen Wo sind die Sniper hier? Ich lauf jetzt mal rüber Es geht mal hier ein bisschen am Keks hier Ihr macht das schon No Ist da hier rein? Oh da Ja Also dieser Fennabend er gibt mir tierisch am Keks Oh no Oh no Eee Yo man Du hast mich gerettet alter You made my day Ich hab mir auf jeden Fall ne geile Waffe, aber Ich muss unbedingt dafür nen Griff haben, ey Geballert so durch die Gegend, die Waffe Boah, diese Sniper, die geh mir echt Ich hab mich auf den Sack Boah, ey Aber ich hab den mitgenommen Angenommen Oh, okay Oh, der hat mir... Oh, verdammt Wollte ich grad sagen, der hat mir sogar einen Medi-Bag dahin geschmissen Okay Da ist keiner mehr Was ist hier für ein Turm eingestürzt Verdammt, hab ich leider nicht gesehen Schade... 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 Boah, wieso haben die eigentlich so viele Helikopter, ey Verdammten... Piloten da raus, ey Wo ist der hin? Seht ihr was ich meine? Angies der weg Oh, wow, 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 wow Okay, äh, lauf, 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 lauf Wow, der Turm steht jetzt auch nochmal ein Okay, hier passiert da doch so einiges Und, wohin? In welche Richtung kippt er denn? Hm... Wuh, haha Ich glaube da war einer drunter Okay, hier, mal ein bisschen Money Okay, äh, ja, also ich weiß nicht so recht was hier abgeht Beben Wollen wir auf jeden Fall einnehmen Die Verdächtigen an der Freakinganlage Da ist einer bei der Freakinganlage Da ist einer bei der Freakinganlage Ich hab Schütze gesichtet Fuuuucking russchen Okay, okay Wir müssen nochmal da rein Oh, fuck Oh, fuck Okay, wir müssen unbedingt mal hier hoch Boah, Leute, ey Was ein Scheiße So, jetzt müssen wir hier zu B rüber laufen, Leute Wer ballert denn hier Jo, jetzt holen wir uns mal B Boah Jetzt mal hier, umstritten Boah Ich hab den kaum gesehen, ey, scheiß Nebel Scheiße Scheiße, haben wir nicht geschafft B1 zu nehmen, ne? Schade Boah Boah, ey, wir haben gar keine Fahrzeuge, ne? In Nacktbar Was haben wir denn hier? Ähm, irgendwie keine... Airboat Was soll ich denn damit, Alter? Oh, hier bringt das, bringt mir doch alles gar nix Transporthelikopter, weißt du, die haben hier voll die Kampfhubschrauber und wat weiß ich So eine Fuckscheiße, Alter Hier Bamm, Granate Hat das nichts gebracht mit der Granate? Scheiße Doch Ein bisschen vielleicht Wuhu Bams Also ich glaube Diese Waffe Würde ich am liebsten wieder verkaufen Muss ich sagen Ja, die ist zu heftig Entweder kriege ich doch irgendwie jetzt mal zeitnahen, äh Wow Zeitnahen Griff dafür und ein ordentliches Visier Boah, guck mal, die ist aber auch schön am Stollen, die Waffe, ne? Also, die ist sehr schwierig unter Kontrolle zu halten, die Waffe, ganz ehrlich Aber egal Go, 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 go Hey, hier hast du Munition Hey, aufpassen, ich greife die Granate Waaaah, schade, Mann Ja, okay, okay Ja, wann kann ich, könnte ich mir mal eine neue holen, hier? Ach komm, ich hol mir jetzt die Scar, Leute Scar, Scar, Scar Aber mit der Waffe komme ich einfach nicht klar Die ist zu krass Präzision soll ja einfach besser sein, aber die ballert mir alle das ganze Birne weg Schnellfeuerwaffen Okay, zurück zum Beitritt Wir machen es uns gemütlich mit der Scar Ja Meine Ansicht darauf ist, es ist eine Mega-Waffe Na, hier ist Okay Ohne Ende ist Sniper hier Boah, ey, Leute, macht mal hier irgendwas Was? Go, go, go Sehr gut Boah Schnellfeuerwaffen 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 Ach, ich wollte den noch hinterherlaufen Fuck, ey Guck mal hier, der macht ihr alle platt einfach Ey, wir kommen einfach nicht durch, ne? Aber was ist das denn hier auch für eine Gewichtung? Die haben ja MG-Wagen, die haben Hubschrauber, also MG-Hubschrauber. Ja, Leute, das war Battlefield Hardline Eroberung mit 6 zu 10. Bis zur nächsten Folge, haut rein!